Hi, willkommen zu einer neuen Folge Dragon Quest 11 S. Wir haben letztes Mal alle Neemissionen in Puerto Valor abgeschlossen und ja, jetzt wollen wir zum Bürgermeister. Diese Villa gehört Don Rubio, er ist der berühmteste und angesehenste Compro in ganz Puerto Valor. Ihr könnt gerne hinein, aber macht keinen Ärger. Klaro, ich und Ärger. Das ist eine Wörterkommunikation, die nicht zusammenpasst. Okay, gucken wir uns erst. Es guckt ja keiner, ne? Meins! Okay. Hier trainieren Kinder, okay, alles klar. Haben wir schon mal einen guten Eindruck von einem guten Don Rubio, was das für ein Typ ist? Okay, dann betreten wir mal das Haus. Hier draußen gibt es anscheinend nichts weiter. Herr Robert, so wonderful to see you after so many years. And your companions, too, of course. Good to see you looking so well, Cervantes. Now, I don't suppose Don Rodrigo's about for a wee chat, is he? Ah, lo siento, señor, so sorry, but I am afraid he has gone to Eliador. He is instructing the guards there in the art of swordsmanship, you see. Ah, now that's a shame. I do so love our wee chats about fighting and horses and fighting. Don Rodrigo will be sorry to have missed you, too, senor. He often speaks of your visits very fondly. Well, I'm sure we'll have a chance for a proper chinwag next time I'm in town. Now, there's something I was wanting to ask you, Cervantes. I was hoping to head out to sea in search of more interesting topics of conversation. You couldn't open the sea gates for me, could you? It will be my pleasure, senor Roberto. Can you imagine how angry Don Rodrigo would be if I refused? I will open them right away. If you go and board your ship, you will be able to sail straight through. You're a good man, Cervantes. Thanks a million. And give my regards to Don Rodrigo, would you? Okay, geile Sache, dass er das aufmacht. Ich hatte schon leise die Befürchtung, dass ich irgendwie was anderes machen müsste, bis der Don Rodrigo zurück ist. Das war, glaube ich, letztes Mal auf dem Meer war da so eine Art Gitter. Das wird jetzt wahrscheinlich... Okay, okay, okay. Chill dein Leben. Ich wollte mich doch nur umgucken. Gehe ich halt weg? Alles klar. Dann können wir uns eigentlich auch direkt auf unser Schiff porten. Was leider nicht so einfach geht. Kriya wird mehr. Ja, dann gehen wir da. Wenn ich jetzt auf der Stadt zum Schiff hinauf laufe, dann dauert das, glaube ich, im Endeffekt länger. Dann da durch. Wolltest du das Tor nicht aufmachen? Es ist zu, mein Freund. Es ist ein Battelle. Ah, es geht doch. Was ist denn aus, Reonardo? Bist du schüch da? Sonst immer die dicke Klappe, ne? Naja, er hat anscheinend was mit dem guten Mann da zu tun. Okay, jetzt eröffnen sich neue Möglichkeiten. Wir sind durch das Tor durch. Was sagt denn aktuelles Ziel? Du wirst alle sechs Kugeln mit dir, um dich hier zu erreichen. Du musst in allen Ecken der Wink... Okay. Tolle Beschreibung, wo ich hin soll. Dann suchen wir in allen Ecken nach den Kugeln. Vier Stück fehlen uns noch. Dann suchen wir in allen Ecken nach den Kugeln. Auf der Karte sieht man da gleich schon einen Ankerplatz, aber wie soll man da hinkommen? Ähm, ja gut, ne? Das ist ein See. Das hat, glaube ich... Wir haben ja da in der Nähe von Krenia-Welt schon so ein Portal gesehen, aber mit dem kann ich zur Zeit noch nichts machen. Ist wahrscheinlich für später dann gedacht. Was ist jetzt los? Was soll denn das, wenn du nichts sehen kannst? Gute Frage. Hier ist anscheinend ein Schiff gestrandet. Aber anscheinend keine Überlebenden mehr da. Okay, eine Mindy-Medaille gibt's hier. Bisschen Zeug. Und der Plot streitet voran, wenn ich zu Jade gehe. Dann mach ich das mal. Dann mach ich das mal. Bye! Oh! Oh! Hey! What do you think you're playing at scaring us like that? And there's no need to look so disappointed to see us. Hold on. Are you a mermaid? That's strange. You didn't scream or try to catch me in a net. You're different from most other human beings that I've met. My name's Michelle. I'm sorry if I gave you all a frighted. It's just I thought my car was back and I got all excited. Wow. I can't believe I'm talking to a real live mermaid. But anyway, who's this car you keep talking about? He's a tender-hearted fisherman from Lonalulu Bay. He promised he would meet me here upon our wedding day. Your wedding day? I didn't even think humans and mermaids could get married. At first I was the same. I thought we'd never be together. I thought the mermaid's burden would keep us apart forever. For if a mermaid leaves the sea and makes the land her home, if ever she gets wet again, she melts away to foam. But when I told my Kai I couldn't come to live with him, he said, In that case, you'd better teach me how to swim. And so I got the blessing of the Queen beneath the sea. He's going to come to Nautica and live down there with me. Oh, that's wonderful news. Congratulations. But he's supposed to meet me here so we can be together. And I've been waiting for him now for what feels like forever. I know he'd never break his word. He's not that sort of person. But the longer that he stays away, the more my worries worsen. I know it's rude to ask you, but I beg, I plead, I pray. Could you go to Lonalulu and make sure my Kai's okay? Hmm. So you're from the bottom of the sea, where the giant pearl from the story went. I wonder. Aha! How about this? If we go and check on your fiancé, will you take us down to see the Queen? To pay for such a kindness, it's the least that I can do. I'll sing my song and safely sink your ship and all your crew. If anyone knows the truth about this giant pearl, it's the Queen of the Sea. If it leads us to another one of the orbs, it's worth helping. Wouldn't you say? You are? Thank you, thank you, all of you. I'd be indebted to you if you could try to find him in the town of Lonalulu. I'll mark the village on your map. It's to the south of Hotto. A beautiful blue bay behind an isolated grotto. My Kai is a famous fisherman, as ragged as the ocean. A hunky-chunky sailor stuffed with smouldering emotion. Oh, now I'm all embarrassed. Don't tell him what I said. Just bring my darling back, so we can finally be wet. Hm? Ahh... Oh... So... Ok, das ist schon mal ein Anhaltspunkt. Ähm... Die nächste Kugel scheint auf dem Meeresboden zu sein. Dann müssen wir der guten Marielle ja erstmal den Gefallen hier tun. Warum er wohl nicht kommt, so wie ich von ihm gesprochen habe? Da ganz unten ist das? Aber wir haben hier reichlich Ankerplätze, die wir ansteuern können, ne? Also der Gute kann erstmal warten, ne? Also ich habe hier erstmal reichlich Orte, die ich ansteuern kann. Auch wenn ich mich sicher bin, ob sich das überall lohnt. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Schlafenplatz und lauter Sachen, die ich nicht betreten kann. Aber hier sind andere Sachen zum Einsammeln. Die nehmen wir mal mit. Und ich weiß nicht, sind die Gegner gefährlich für mich? Oder? Wie sieht das aus? Das sind, glaube ich, die Alten, die noch um links herum geruscht haben. Vom Escheburg. Ja. Ne, ne, ne. Gegner sind vollkommen im Rahmen. Hier, man sieht es jetzt schon, was meine Ausrüstung bringt. Obwohl, ich bin auch jetzt vorher dran gewesen. Ich wollte gerade sagen, Eric ist verdammt fix jetzt. Er war zweimal dran, bevor hier überhaupt jemand anders dran war. Aber das hatte, glaube ich, mit der Geschwindigkeit der Gegner zu tun. Sie sind nicht so wirklich fix, habe ich den Eindruck. So, da kann ich mich schlafen legen. Aber ich gucke mal trotzdem rein, ob da irgendwie ein Regal mit dem Buch ist. Das sieht nicht so aus, da ist nur so, hast du irgendwas Besonderes zu sagen? Okay. Sag doch gleich, verpiss dich. Der war uns nicht ganz so freundlich. Zugeteilt. Ja, okay. In diese Gebäude komme ich halt noch nicht rein. Ist hier irgendwie noch so ein Ding, was ich aufnehmen kann? Nö. So, den bekämpfe ich mal noch. Auch wenn der böse aussieht. Ja, der ist auch alleine. Oh, der hält einiges aus. Und der teilt vor allen aus. Okay, dann ist auf dieser Insel hier nichts weiter erstmal zu sehen. Dann kehren wir jetzt ein Schiff zurück. Okay, dann lass mal überlegen, wie ich weiter vorgehe. Also, die beiden Angelplätze da oben, das ist was Story-Relevantes noch. Also da, wo die Eisinsel ist. Das kann ich, glaube ich, erstmal meiden. Dann gucken wir uns diese kleine Insel da noch an. Wer ist gerade dran? Erik, ne? Okay. Okay. Ich habe es begriffen. Ich meine, diese Gegend hier werden die Monster stärker. Oder? Auch nicht. Sah eben halt ein bisschen komisch aus, weil alles noch weiß war. Nix gelb und so. Zum Erfahrenspunkten ist es auch ungefähr das gleiche. Okay. Dann habe ich mich vielleicht geirrt. Dann können wir das hier doch ansteuern. Mal gucken, was es hier zu finden gibt. Er ist mit dem Schiff stehen und zeigt ein paar Möglichkeiten offen. Und sind jetzt nicht mehr so begrenzt, wie zu Anfang, als wir das Schiff bekommen haben. Er steht uns quasi der ganze Kontinent zur Verfügung. Okay, da komme ich nicht rüber, weil ich nicht fliegen kann. Aber wir können uns hier noch ein bisschen umgucken. Ich hoffe nicht, dass ich wirklich zu einer Insel hinkomme, wo mir zu starke Monster über den Weg laufen. Bisher hält sich das noch alles in Grenzen. Naja, die Monster sind alle total okay für mich. Wat? Are you serious? Die können sich heilen? Ja. Von Veronica ist fast tot, also gar nicht gut. Achso, das ist der scheiß Platsch hier, der sich geheilt hat. Aber jetzt kann ich knack machen, weil das alles nur... ...eine Monster ist. So. Holen wir euch jetzt mal schön von Himmel. Obwohl, hier gibt es schon reichlich mehr Erfahrungspunkte. Aber noch machen die Monster keine Probleme. Also ist alles noch im Rahmen. Ja, der hat keinen Bock. Okay, dann ist was so. Da sind schon wieder neue Gegner. Gucken wir uns einmal an. Vier Stück tatsächlich. Was für Koop-Kraft habe ich nochmal? Circa der... Achso, ja. Das ist nicht so wirklich toll. Magische Barriere. Nee, jetzt nicht mehr so viel magischen Damage, oder was du wirkt hast. What? Du Drecksack. Als ob er jetzt zweimal nacheinander Heilung zaubert. Ich glaube, ich spinne. Volliger Fußfeger. Jade muss gekräftigt sein. Beide. Löwen getrunken. Ihr fässt eine Schockwelle, die sämtliche... Ihr, was heißt das? Mach mal das. Achso, die können jetzt nicht agieren. Ja, ist nicht schlecht. Wir tauschen mal Veronica gegen Serena. Das ist eine dumme Entscheidung. Wir tauschen mal gegen Bodo. Let me at him! Ich wollte eigentlich Veronica heilen, aber erstens funktioniert das nur zu 50% und zweitens... äh, muss Veronica dazu, glaube ich, in der Gruppe bleiben, damit das funktioniert. So, ein Vieh ist schon mal down. Geh mal auf den, damit der verreckt. Geh mal auf den Vogel, weil der andere hat ja gerade erst angegriffen. So, der kann jetzt von mir aus umkippen. Und jetzt den anderen Vogel. Dass der eine Vogel als Attacke hat, das ist natürlich ärgerlich. Und dass es ausrichtend, dass Veronica trifft. Eric wäre genauso ärgerlich gewesen, aber... Mehr Heilung. Das ist gut, oder? Mehr Heilung ist, glaube ich, nämlich... Apropos... Wir müssen erst mal jetzt Serena wie... äh, Veronica fit machen. Mehr Heilung ist tatsächlich... etwas, was... Nee, ich verwechsel das gerade. Ich dachte, das heilt alle Verbündeten, aber... halt nur gut. Aber das hat Serena doch noch nicht, oder? Ich dachte, Serena ist eine bessere Heilerin als Bodo. Der hat anscheinend einen stärkeren Heizhaub jetzt gerade erst bekommen. Lass mich in Ruhe. Okay, wenn du Dresche willst, dann kriegst du Dresche. Ach, der ist ja Bodo. Wenn man mitten im Kampf wechselt, bleibt das permanent. Ach so. Ich dachte, es ist... Es ist nicht permanent. Okay, das müssen wir gleich natürlich sofort ändern, dass Veronica nicht in der Party ist. Das geht gar nicht. Hm. 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 Also, überhaupt nicht. Das eine oder andere stärkere Monster auf der Insel war hier schon. Ich hoffe, ich übertreibe es nicht mit meiner Kundungsdran, dass ich in Gebiete vordringe, wo ich eigentlich noch gar nicht hin sollte. Aber diese Insel hätten wir jetzt erforscht. Und ein paar Erfahrungsmittel und Geld bringt das ja auch. Auch wenn ich das, glaube ich, zu gut meine, mit meinem Forscherdrang. Okay. Ich meine, die beiden Ankerplätze da in der Nähe, dass wir da sowieso hinkommen während der Story. Ich gucke mal kurz rein. Ich gehe fest davon aus, dass da irgendwie jetzt was ist, was sagt, bitte hier nicht rein. Hallo? Sag mal. Was haben die ganzen Gegner gegen meine Veronica? Und da steht euch. Ich bin fest davon überzeugt, dass hier jetzt irgendwas mir verbietet, das zu erkunden. Oder? Der Schilderschein schreit ein Hellseite an der Kugel, der muss in der Nähe sein. Ja. Aber ich komme da, glaube ich, nicht rein. Hier sind wir, in der Crystal Kingdom von Sniffelheim, home zu der famous Blue Orb. Es ist ein sehr, sehr lange, seitdem ich besucht habe, aber es warms mein Herz zu sein, um wieder zurückzunehmen. Das muss sein, dass das nur etwas warm ist, um hier zu sein. Ja. Wir müssen schnell rein und gehen rein, bevor wir uns alle schreitzen, um zu sterben. Was ist das? Eis. Was? Die Garten sind in Eis. Schau, sie sind kaputt. How strange. Still, I suppose it's only natural they'd ice up in a climate as cold as this. Natural, my foot. What about all the people inside? How are they supposed to live if they can't get in or out of the city? Ah, you've a point there, lassie. They've always made sure to keep the main gate free of frost, even in the day of winter. So, what are we supposed to do? There's an orb in there we need to get to. Well, if we can't go in through the front door, we'll just have to head around the back. Like and Abo there and see you next time. Ciao!